Hallo und Willkommen zurück zu einer Runde des Mäntel. Ach so, nach dem Desaster mit dem Skelett, würde ich sagen, schauen wir uns hier mal noch kurz um. Ich habe hier zwar schon so einiges abgeräumt in dem Gebiet oder in diesem Militärgelände oder whatever. Ich habe hier auch noch ein paar Sachen zerlegt. Das können wir auch noch mitnehmen. Danke. So, hier gab es nichts mehr. Die Sprengfässer lassen wir mal. Mit denen haben wir ja schlechte Erfahrungen, oder? Das muss ja nicht sein. So, dann nehmen wir das Plastik hier noch mit. Dann haben wir hier noch die Box. So, dann können wir hier nämlich auch das Tor öffnen. Ach, wunderbar. Wunderbar. So, jetzt schauen wir uns mal um. Da kommen wir nur noch unten wieder raus. Das heißt, wir haben hier oben eigentlich soweit alles abgefrühstückt. Wir haben das hier alles platt gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir hier unten wieder ins Grüne. Und dann schauen wir uns da mal weiter um. Wir brauchen ja auch noch die Uhr, ne? Ja, Grandfather's Clock in Orange brauchen wir noch. Das haben wir hier. Müll. Müll nehme ich. Vielleicht finden wir auch noch einen Angelplatz. Ein bisschen geangelt habe ich. Zwischen den Folgen. Ich dachte, ich mache das noch fix. Gucken. Gibt es hier noch was? Okay, und es wird wahrscheinlich gleich warm werden, glaube ich. Ah, nehmen wir hier noch die Pilze mit. Gut. Ja, immer mal wieder einen Blick auf die Karte werfen. Was ist denn hier los? Lass das reden, Ruh. Ich bin vom WWF, Mann. So geht das hier nicht. Ja. Die Pilze. Gut. Ich bin sowieso mal gespannt. So. Was haben wir... Waren wir hier eigentlich schon drin? Wenn nicht, werden wir uns hier mal Zutritt verschaffen. Vielleicht nicht mit der Angel. Ach, Gummi. Gib Gummi. Danke. Ah. Gucken wir uns noch mal kurz hier um. LKW. Ah ja, aha, aha. Ah gut, hier gibt es nichts Spannendes. Elektronikparts nehme ich immer gerne mit. Okay. Container haben wir hier. Gibt es da irgendwas? Ne. Tanken kann man hier noch. Oh, die halten aber gut aus, die Säulen, ne? Gucken wir mal, was die bringen. Ich hoffe, keine Explosion. Ne, die bringen... Oh, Elektronikparts. Die nehmen wir mit. So, die Tonne gibt Gummi. Deswegen muss die noch mit. Ah, wunderbar. So. Ah, ist das nicht schön? Oh. Ein Reifenstab. Ah, mega. So einer. Komm, den verarschen wir mal ein bisschen. Das passiert, wenn man dem Radio lauscht. So. Dann fällen wir noch gerade den Mast. Ich glaube, die bringen auch Elektronen. Ja. Okay. Jetzt können wir natürlich runtergehen, dass wir hier weiter erforschen. Dann hätten wir den Abschnitt fertig, wenn wir hier noch rumlaufen. Das machen wir auch, bevor wir ganz weitergehen. Hätte ich gesagt, erforschen wir hier mal noch den Rest. Noch ein paar Eier. Endlich mal ein paar Eier. Sehr gut. Hey, bleib doch mal stehen. Alle miteinander. Ja. Heute sind wir aber echt nett, ne? Zu den Tieren. Muss man schon sagen. Also, wenn wir heute nicht... Können wir den Pilz nicht mehr mitnehmen, ne? Also, wenn wir heute nicht was für unser Karma getan... Oh, was ist das? Da ist ein Bunker oder sowas. Dann müssen wir mal kurz gucken, ne? Kommt man da überhaupt hin? Ah, ja. Gucken, was hier steht. Wir sind voll. Okay, ich will hier ja gar nicht wohnen. Go away. Du bist hier nicht willkommen. Was? Es gibt andere Überlebende außer mir? Hallo. Tjo. Das war's mit der Stromversorgung. Tolle Sachen jetzt, ja. Aber die kann ich nicht mehr mitnehmen. Gut, wir suchen uns mal ein Lagerfeier, hätte ich gesagt, wa? Ja, dann gehen wir mal da weiter. Wir kommen hier sicherlich nochmal vorbei. Hier gibt's noch einen ordentlichen Müll, okay. Hm. So, gleich mal hier für Ordnung sorgen. Oh, was ist hier los? Ach du Scheiße. Das sieht aus nach... Ziemlich giftigen Scheiß. Oh, nee. Brauchen wir noch Gasmaske oder irgendeine Apps? So, was haben wir hier? Mhm. Oh, nee. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist natürlich die Frage. Ich bräuchte erstmal ein Lagerfeier sowohl zur Lebensenergie als auch für Handgranaten. Okay, dann kommen wir nicht umher, mal kurz zum Lager zu marschieren. Ich meine, davon abgesehen sind wir eh voll. Aber ach du Scheiße. Hier gibt's aber auch wenig Lagerfeier, ne? Da oben? Hier müsste doch irgendwo ein Lagerfeier geben. Sag mal, hoffentlich nicht da drin. Wir gucken mal kurz rein, ob wir ein Lagerfeier entdecken. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Dann müsste es doch hier irgendwo noch eins geben. Guten Tag. Ah ja. Hier gibt's auf jeden Fall noch ein Dungeon. Das ist gut. Oh, Leck. Ich hab grad 1800 Damage gemacht. Ach du Scheiße. Das tat näher. Ah, hier gibt's nur Stromkram. Ja, ich weiß, da ist noch Gummi und Co. Ich suche nur grad erstmal ein Lagerfeier. Das wird mir schon mal sehr weiterhelfen. Ah, hier brauchen wir schon wieder Holz. Das ist quasi dann die Abkürzung da rüber. Okay. Ei, 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 ei. Oh. Ach du Scheiße. Der haut hier rein. Okay, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ah, verdammt. Ja, wir wollten zur Kiste. Da sind wir. Scheiße. Gut. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Dann gehen wir einfach hier die Straße wieder runter. Da sind wir ja gleich da. Ja, ich überleg noch gerade. Geh mal kurz ans Feuer. So, was nehmen wir denn? Fast Lerner. Plus 50%. Doppelte Chance beim Sammeln. XP from Fishing. Ah, wir nehmen mal Koch. Wieso nicht so? Grüner Fisch fehlt uns immer noch ein bisschen. Das können wir mal aufwerten. Davon haben wir mehr als genug. Da fehlen uns überall Lumber, Electronic-Teile, Hammer. Mhm. Mhm. Können auch mal ein paar andere Sachen eigentlich ausprobieren, ne? Hier, wir haben noch so viele coole Items eigentlich. Das probieren wir auch mal. Also, was bringt das hier? 20% Schaden zum Milit-Damage. Was bringt denn das hier eigentlich? Okay. Okay. Kritischer Schaden. Okay. Hm. Power-Attack-Damage. Oh, das ist aber auch fies, ne? Sag mal hier. Mhm. Jetzt lass uns noch mal kurz gucken. Upgrade. Die Baseball-Karte. Da fehlt uns immer noch Lumber. Wir müssen mal Lumber machen. Da fehlt uns auch Lumber. Mhm. Titanium fehlt uns dafür. Titanium. Wo kriegen wir denn Titanium her? Titanium. Mhm. Leder. Weil dann würde ich nämlich hier mal... Ich meine, der Schädel ist schon geil. Dann muss man schon sagen. Milit-Damage ist schon cool. Was haben wir... Was war das hier? Kritischer Schaden. Nehmen wir das mal raus. Weil ich hätte mal Lust... ...auf die Karte. Und vielleicht können wir das hier auch rausnehmen. Dann hätte ich nämlich gern das. Und hier würde ich gern wieder die Messer reinnehmen. Zack. Jo, die Angel lassen wir mal. Gut. Ah, jetzt wollte ich mal gucken. Ähm... Inventory. Ähm... Man kann doch... Warte mal. Ähm... Okay. Okay, nee. Dann passt schon. Gut. So. Gar nicht lange rumlabern. Mal langsam hier den... Schädel einsammeln. Oder das... Den Grabstein besser gesagt. So. Ohje, ohje, ohje. Das war so klar. Hau ab. Der Typ. Echt jetzt. Ja, haben wir das alles mal wieder im Sack. Und wir sind natürlich super voll. Das heißt, wir müssen nochmal hochlaufen. Nochmal unser Scheiß hier wegbringen. Ach gut, dass das Lagerfeuer zumindest jetzt hier in der Nähe ist. Und dann hätte ich gesagt... Also... Hier unten können wir mal gucken. Wir brauchen auch noch die... Die orangene Uhr. Die müsste doch eigentlich irgendwo... Die müsste ja irgendwo hier sein, ne? Da sollten wir vielleicht nochmal zuerst nachgucken. Ja, das sollten wir zuerst machen, bevor wir die ganz vergessen, weil ich würde die Quest gern weghauen. Also mal hier richtig... Ach, die sind ja richtig blind, wa? Oh Gott. Die haben's... Nee. Mal hier. Nichts Gescheites. Ach, da ist unser Freund schon wieder. Ach, scheiße. So, wir müssen uns... Oh je, was macht er jetzt? Ach, das war ja super. Ach, sein Arsch, ey. Der Typ, der macht mich immer so fettig. Der ist per se schon so stressig. Mann, 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 Mann. Hey, ehrlich. Das Radio, das hatten wir schon, ne? So, schnappen wir uns hier noch Mais unter Mordi. Na? Danke. Ich bin schon wieder voll. Ich werd irre. Wir müssen mal was rausschmeißen. Was brauchen wir denn nicht? Scheiß Tücher da. Gut. Die blöde Uhr. Die blöde Uhr. Die muss doch hier irgendwo sein. Die hab ich bestimmt irgendwo übersehen. Vielleicht hier? Da ist nur der Herd. Das hast du nicht anders verdient. Die sind aber halt schon ein bisschen blind, gell? Muss man schon sagen. Sorry, aber... Viel, Mann. Viel, Mann, hilft euch. Jo, komm. Jo, komm schon. Was machst du denn da? Die blöde Uhr, die blöde. Wo ist denn die? Warte, mir noch mal. Ja, von hier sind wir gekommen. Schmaßen wir das Zeug mal hier noch raus. So. Also das Haus, das Haus ist klar. So viele Häuser gibt's ja hier eigentlich auch nicht, ne? Da haben wir es jetzt aber nicht gemeint, oder? Ne, das ist ja der Ort hier. Na gut, dann kommen wir ja drauf rum, also. Also hier ist schon mal nett. Hier sind wir auch gerade durchgelaufen. Hier auch nett. Okay. Dann haben wir die beiden Häuser. Dann gucken wir noch mal schnell hier hin. Aber ich bin mir sicher, hier war es auch nicht. Was kochen brauchen wir gerade nicht? Okay, in dem Haus definitiv auch nicht. Jetzt gucken wir in dem unten nochmal. Ciao. Arsch. Arsch. So. Habe ich Arsch gesagt? Nein. Okay, hier gibt's nur... Hier kann man kochen fleißig. Hier gibt's auch nur die Kochfläche. Okay, dreimal was zum Kochen, aber keine Uhr. So, find the yellow Grandfather Clops for Northwest. Im Nordwest. Im Nordwesten. Im Nordwesten. Nie ohne Seife waschen. Nordwesten, das wäre ja eigentlich irgendwo hier, ne? Hätte ich gesagt. Vielleicht ist hier auch gar nicht im Haus, sondern irgendwo auf dem Müll. Oder in einem Auto. Oder im Blutkasten. Ne. Blutkasten schon mal nicht. Im Nordwesten. Ich meine, wir können ja mal hier ein bisschen rumlaufen, aber... Entspann dich mal. So, ja, ich würde sagen, wir sind mittlerweile... Vielleicht bräuchten wir mal eine Schaufel. Ich schnapp mir mal eine Schaufel, oder? Wir können dann hier nochmal schnell gucken. Was machen die Hunde da? Lass das. Tja, das ist das Ausgangsschild wahrscheinlich, oder? Gibt's hier noch irgendwas? Hier gibt's ja nur noch diese Holzhütte. Aber in der Holzhütte haben wir alles zerlegt gehabt. Oder gab's hier die Uhr? Wo haben sie schon zerlegt aus Versehen? Also ich könnte mich nicht dran erinnern, dass dem so wäre. Dem Wunschbrunnen. Da könnten wir mal gucken. Fisch und Gewürz. Und ansonsten gibt's hier oben noch eine Hütte. Ah, hier gibt's auch noch ein Lagerfeuer. Hier waren wir noch gar nicht. Ah, da ist auch die Uhr, glaube ich. Ah, manchmal. Muss man richtig gucken. Mensch, Necro. Augen auf. Jo. Da haben wir's doch. Ah ja. Okay. West of the Lodge Cabin. Warte mal gucken. Gucken wir mal kurz. Was ist hier? Wir können auch hier nochmal kurz gucken. Nicht, dass wir da auch noch was übersehen haben. Ah, ich brauch ne Schaufel, wa? Komm, wir holen mal schnell die Schaufel. Geh weg. Geh weg. Ich mag jetzt nicht mit dir spielen. So, was wir uns aber mal rausnehmen könnten. Ist ein grün Fisch. Und, äh, Gewürze. Ich glaub jeweils eins, ne? Wenn ich das mal im Kopf hab. So, dann würde ich gern die Schaufel einpacken. So, statt der Angel. Ja. Sind wir doch gut aufgestellt hier. Jetzt buddeln wir hier mal. Mal gucken. Ob wir Glück haben. Ah ja. Wow. Geil. Okay. Die Schatzufe hat sich dann doch gelohnt. Sehr gut. Ich würd sagen, die Schaufel behalten wir auch mal. Yay. Kollektor. Geil. Wir sind dem hier schon Level 28. Rasen nach Roland. So, jetzt schmeißen wir ja noch was in den Brunnen. 1,1. Was? Ach, scheiße. Ich hab's ja gerade abgelegt. Ich trottel. Mann, schmalge. Grüner Fisch. Und Gewürze. Danke. So, und los geht's. Jetzt schaffen wir's aber. Jetzt schaffen wir's. Bin gespannt. Hoffentlich gibt's was Gutes hier aus dem Brunnen. Choose your reward. Okay. Potato. Lamba. Wir nehmen Lamba. Wir haben eh Lamba-Mangel. Cool. So, dann haben wir das. Dann können wir den hier noch wegnehmen. Oh. Entschuldigung. Geil. Hey. Ich grab dir den Boden unter den Füßen weg, mein Freund. Und du fällst schon ein tiefes Loch. So. Okay, cool. Dann haben wir die Quest erledigt. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt den Folgenwechsel machen, dann gehen wir mal zusammen hier in den, in den, in das Dungeon rein. Hätte ich gesagt. Das heißt, ich stiefel da mal runter. Vielleicht begebe ich mich hier noch hin, angel noch fix. Und dann passt es. Cool. So machen wir das. Dann, ja, bedanke ich mich natürlich bei euch fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis gleich. Ciao.